Design ist allgegenwärtig. Wir machen Design in der Architektur, im Interior Design und haben uns im Speziellen auch auf Yachten spezialisiert. Interior Design für Yachten, aber auch Design für Yachten. Yachten sind für mich wahnsinnig ästhetische Fahrzeuge, weshalb es ein spannendes Thema ist. Im Speziellen gibt es in unserem Produktsortiment auch zwei Küchenmodelle, die im Speziellen für den Yachtbereich gefertigt werden. Rock Air als Outdoor Küchenmodell fertigen wir speziell für den Yachtbereich in einer Seewasser- bzw. nautisch-tauglichen Legierung. In einer besonderen Oberfläche, die allen Witterungseinflüssen etc. standhält und für den Yachtbereich besonders geeignet ist. Genauso die Fold, also unser jüngstes Küchenmodell, wird aus Buntmetallen gefertigt, aus verschiedenen hochwertigen Metalllegierungen ebenso. Das ist ein wunderschönes Objekt. Skulptural denken wir im Indoor-Bereich mit unseren Produkten. Als preisgekröntes Modell kommt hier zum Beispiel Fold zum Einsatz. Fold ist sehr raffiniert, hat viele versteckte Eigenschaften, unter anderem das Multi-Touch-Panel M-Pod, das die technische Schaltzentrale einer Bar oder einer Küche sein kann. Hat versteckte Kochfunktion, versteckte Kühlfunktion, all diese Dinge, die dem Minimalismus keinen Abbruch machen. Die Bootmanufaktur Frauscher ist bekannt für edelste Elektroboote und besondere Sportboote. In geringen Stückzahlen, aber in sehr hoher Qualität, weshalb sich unser Produkt sehr gut mit den Markeneigenschaften von Frauscher vereinbar lässt. Wir haben für Frauscher vor eineinhalb Jahren eines ihrer bekanntesten Modelle, die Zedon 17, ein Sportboot, neu gedacht, überlegt, ein Redesign dieses Schiffes gemacht im Interior wie im Außenbereich und haben dem wunderschönen Boot eine neue Ästhetik verliehen. Der Gentleman's Racer ist ein 10-Meter-Boden mit sehr starker Motorisierung und für den Spaß am Wasser gedacht. Vom Wasserskifahren über Chillen am Boot, über Party am Boot ist dafür bestens geeignet. Und das trifft sich eigentlich sehr gut mit unseren philosophischen Grundsätzen. Wir haben im Speziellen die Silhouette des V-Rumpfs geschärft und mit spezieller Lackierung dem Bootsrumpf mehr Eleganz gegeben. Wenn man sich mit 60 Knoten den Wind um die Ohren wehen lässt, liegt sie noch satter im Wasser und gibt ein wunderbares Fahrgefühl. Einer unserer Codex ist, weniger ist mehr. Wir machen Design, wir machen Minimalismus, Purismus in hoher Qualität, elegant im Detail, hochwertig im Detail. Understatement ist mehr angesagt als Pronk und Luxus. Das ist der Zugang im Yacht-Design wie im Interior-Design und in der Architektur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017